Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zurück in der Welt von Jurassic World Evolution. So verhungert, fast aber, hey. Da ist ja nur was zu essen, ne? Da ist ja nur was zu essen. Dummes Ding. Alter, der Motor, der holt aber richtig auf. Ei, sorry. Hätten sie ja nicht doch irgendwie Elektroautos nehmen können? Warte mal, kann ich sie umfahren? Oh yeah, jetzt mach ich die Straßen umsicher. Was ist denn das für ein Weg hier, hä? Das ist ja jetzt erst. Wie kack ist denn der? Wieso kann ich hier nicht umfahren? Ey, was soll das? Ey, das ist so cool, das kann ein Rennspiel sein. Ey, so cool. Warte mal, Handbrake. Okay, dann hält's direkt an. Dinosaur ready to release. Ja, geht wieder nach Hause, bitte, ja? Ich wollte nur ne kleine Spritzturm machen, so. Ähm, release Dinosaur. Er ist der Triceratops. Also ich hoffe, die vertragen sich ganz gut, aber es sind beides Pflanzenfresser, also steht die Wahrscheinlichkeit gar nicht mal so schlecht. Und dann noch der Ed Montesaurus. Darf ich bitte zuschauen? Hallo? Ja, okay, dann stehe ich halt nicht so. Bruder, mach doch die Mucke aus. Was ist das denn? Tja, haha. Was hörst du da? Wo ist denn das Tor hier überhaupt? Tja, haha. Was ist das für... Ich hoffe, das ist keine Copyright-Musik, ne? Ich hoffe. Ah ja, hier, da drüben irgendwo müsste es sein. Hoppala. Ey, gut, dass das Ding keine Durability hat. Und ich ein neues kaufen müsste wie wenn es kaputt ist. Nja. Ich hab noch keinen Führerschein, Jungs, also muss ich auch noch nicht fahren können, ja? 100.000. Krass. Sag, mach mal auf hier. Nju. So. Jetzt muss ich vorsichtig ranfahren. Ey, ein absoluter Blockbuster. Nehmen wir. Dann hauen wir hier doch noch einen zweiten Ceratosaurus raus. Wäre gelacht, wenn nicht. Und hier haben wir noch einen zweiten Edmond, weil da geht es ja eigentlich gut. Geht es hier allen soweit gut? Health, Health, ja. Sieht gut aus. Äh, wo ist denn der erste Triceratops? Hat er es inzwischen geschafft zu essen? Ah, da ist er. Ja, sieht gut aus. Okay, wunderbar. Och, Junge, du bist ein richtiger Failure, Junge. Wie viel kostet das? 55.000. Ja, danke, eine halbe Million, mal kurz futsch. Als hätte ich da so viel Geld, ne? Als hätte ich so viel. Okay, dann kann ich ja schon direkt einen neuen erschaffen, der hoffentlich auch in der Lage ist, zu leben. So, jetzt will ich hier immer noch einen zweiten Edmond Tosaurus haben. Und so eine Strutio Mimus, den gibt es ja quasi geschenkt dazu. Für 30.000 Lel. Was ein Opfer. Aber dann habe ich hier halt eine höhere Variety. Das ist dann auch immer gut. Komm, brüll. Ich will sie und ich will sie und ich will sie und. so eine Drittio Mimus, den habe ich gebraucht. chinell. Mmmmm, saftig. Oder kann ich jetzt Besucher abschieben? Haha, weil ich mache einfach mal, heute. Schotrischen. Okay, ne. Ne, das tut ihr auch nicht. Haha, einmal mal dem so ein Headdy gegeben mit einem Scheiß Schock Rifle. Der Dart-Rival meine ich irgendwie so, ne? Diese Musik. Dann fahre ich entspannt zwischen den ganzen Menschen, was denn durch. Einfach zu geil. Aber so langsam fühlt sich das Ganze hier. Das gefällt mir. Wo ist denn mein... Ach, ich bin schon vorbei, ne? No. So. Ah, ja, da. So, durch hier. Müssen wir ein bisschen aufpassen, wo die sich befinden. Also einer ist da hinten. Oh, einer ist da direkt. Okay, take photo. Ey, das ist so ein epischer Shot. So. Dann gehen wir hier raus. So, ich mach die machen, die machen dann nicht so zu. Okay. Besser ist es. Okay. Dann füllen wir noch bei den anderen auch noch auf. Ah ja, ich hab einen neuen Skin dafür. Krass. Wir haben ein paar Sachen hier, währenddessen bekommen. Hier einmal Fossilien. Oh, Rhodium. Nice. Ceratosaurus. Ceratosaurus. Contract complete. Nice. 100.000 bekommen. Danke. Das ist ja auch fast schon erreicht. Viel fehlt da nicht mehr. Aber genau, hier hab ich noch, äh, gerade was erforscht. Nämlich, dass die länger, also dass die resistent dagegen Infektionen und sowas sind, die Dinosaurier. Schade, denke ich auch nicht. Ja. Mensch, läuft doch der Park. Dann bedanke ich mich herzlich bei euch fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Haut rein und peace.